Herzlich Willkommen auf Schloss Burg zu unserem Panorama-Rundweg Richtung Sengbachtalsperre und zurück zu Schloss Burg. Unsere Wanderung beginnt mit einem Rundgang auf dem Schlossgelände der rekonstruierten Höhenburg Schloss Burg im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper. Parkplätze, auch gebührenfrei, gibt es in unmittelbarer Nähe, wo wir unser Auto sicher abstellen konnten. Schloss Burg gilt als das Wahrzeichen des Bergischen Landes und war seit dem 12. Jahrhundert die Stammburg der Grafen und späteren Herzöge von Berg. Heute wird Schloss Burg zu kulturellen Zwecken genutzt und ist Museum, Veranstaltungsort und Gedenkstätte. Für die Wanderung müsst ihr etwa drei Stunden Wegezeit mit einplanen und mit etwa zehn Kilometern rechnen, die über jeweils 300 Höhenmeter führen. Nach reichhaltigem Panorama steigen wir dann richtig in die Tour ein, wo ein kleiner Pfad am Rande des Burgtors uns auf abwechslungsreichen Waldwegen zu unserem nächsten Ziel führt, die Senkbachtalsperre. Immer wieder genießen wir Ausblicke aus den verschiedensten Perspektiven auf Schloss Burg und gelangen bald zum achteckigen Diederichstempel von 1896, der ein romantischer Aussichtspavillon ist. Die Decke des Tempels ist verziert mit Gemeindewappen im neuromanischen Stil und Sinssprüchen. Sollen wir das Leuchtfeuer von Amondin starten? Hol das Öl! Ich hol das Öl! Ah, kann Bescheid sagen! Schnell! Glück auf, frisch auf und herzlich willkommen bei Potananda. Wir sind heute unterwegs im Bergischen und zwar hat es uns diesmal wieder nach Burg, Schloss Burg gezogen. Da kann man übrigens wirklich häufiger mal hin. Diesmal nicht vom Münchner Brückenpark aus gestartet, sondern haben uns einen Rundweg zur Senkbachtalsperre ausfindig gemacht und den laufen wir jetzt. Ihr habt ja schon ein paar Bilder gesehen, das Panorama ist toll, das Wetter ist herrlich, also allerfeinstes Wanderwetter. Los geht's! 20 Minuten bis zur Senkbachtalsperre, das ging ja fix. Eigentlich hätte ich noch einen kompletten Rundweg um die Senkbachtalsperre zur Auswahl gehabt. Die wäre ein bisschen länger gewesen, so laufen wir jetzt ungefähr acht Kilometer. Gucken wir uns das Ganze an und bei Gefallen, natürlich wird's gefallen, gehe ich von aus, dann machen wir mit Sicherheit auch diese Tour nochmal. Senkbachtalsperre, ja, was habe ich denn noch im Kopf? Der älteste Trinkwasserspeicher Deutschlands, gebaut 1900 bis 1903, meine ich. Ich bin sehr gespannt auf ein bestimmt imposantes Bauwerk. Auf geht's! Ja, das war ja klar, dass es auch diesmal wieder nicht ohne eine Bergwertung abgehen kann. Was sagst du, war schon wieder eine Steigung, ne? Hä? Das war ganz schön steil. Was sagst du, war schon wieder eine Steigung, ne? Hä? Das war ganz schön steil. Ich habe auch die Stöcke mitgenommen, die helfen ein bisschen. Geht das gut? Ja, kann man so gehen und drücken, weißt du? Nicht schlecht. Oh, eine Schutzhütte. Eine Brüderbeschlechtung. Oh ja, Bergwertung, ne? Ja. Meine Güte. Geht doch nichts für ein selbstgemachtes Bütterkön. Schweinebraten, Chesterkäse und Senf. Den nächsten Halt und eine kleine Rast machen wir in einer der Schutzhütten und fespern erstmal nach ordentlichen Anstiegen, die nicht heftig sind, aber sich doch in die Länge ziehen. Ehe wir die Sengbachtalsperre erreichen. Unser Wanderhighlight für heute. Ah, da hinten kann man schon die Talsperre sehen. Und genau da gehen wir jetzt auch einmal hin und wieder zurück. Ich glaube irgendwie 175 Meter. Ja, bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, scheint ein kleines bisschen abseits gelegen hier in einem stillen Seitental. Ich bin sehr gespannt. Und da sind wir schon. Überflugverbot übrigens für Drohnen. Ganz wichtig. Die Senkbachtalsperre liegt in einem abgeschiedenen Seitental der Wupper und ist eine Trinkwassertalsperre zwischen den Solinger Ortslagen Hörath und Glüder, die die Bewohner der Stadt Solingen mit Trinkwasser versorgt. Daher wird der Wasserspeicher auch Solinger Talsperre genannt. Gebaut wurde sie von 1900 bis 1903 und ist mit 43 Metern Höhe, 5 Meter Breite und einer Länge von 178 Metern von einer Waldseite zur anderen auch eine der ältesten deutschen Trinkwasserspeicher mit Haupt- und einem Vorbecken. Haha, da ist ja wieder meine latente Höhenangst. Ja, wirklich ein sehr imposantes Bauwerk hier. Echt gigantisch und auch vor allen Dingen schön ruhig. Sieht so aus, ne? Ja, wir sind schon wieder auf dem Rückweg. Die nächste Bergwertung hat uns quasi schon wieder längst eingeholt. Aber hilft ja nichts. Ja, echt imposantes Bauwerk. Wahnsinns Aussicht. Ja, ich weiß gar nicht. 36, 37, 38, knapp 40 Meter Höhe da die Staumauer. Das sieht schon ziemlich geil aus. Also beliebtes Foto- und Filmobjekt sicherlich. Aber wie gesagt, Drohnenflugverbot. Natürlich muss man ja auch nicht unbedingt, ne? So verlockend das auch ist. Aber ist da immerhin der Trinkwasserspeicher hier in der Stadt Solingen. Und da muss ich auch nicht noch mit der geflügelten Kamera das Wasser womöglich noch verschmutzen. Das geht aber auch nur, wenn man abstürzt. Ja. Ich weiß nicht. Da geht's zur Schlossburg. Hier steht's. Schlossburg. An dieser Stelle ist auch der Scheitelpunkt unseres Rundwanderweges. Und wir lenken unsere Schritte wieder Richtung Schlossburg, wo die Höhenmeter nicht lange auf sich warten lassen. Erfrischend viele Bänke und Schutzhütten, das ist sehr angenehm. Es läuft nicht ganz gut, immer mal wieder längere Steigungen, nicht extrem, aber ziehen sich. Ja und so sind wir gleich wieder am Schlossburg. Kilometerchen zwei oder so noch. Könnte auch jetzt noch problemlos weiterlaufen Richtung Münchner Brückenpark bis in sechs Kilometern da. Da gibt's auch noch mal ein Diederichstempel, also ansonsten wunderschönes Wandergebiet hier eigentlich, oder? Ja. Doch, ne? Ja, gefällt uns sehr. Immer wieder gibt es romantische Seitenblicke auf die Burg. So, hier genießen wir nochmal ein ganz wunderbares Panorama auf Schlossburg. Für einen kurzen Moment verlassen wir sogar den Wald für wenige hundert Meter, um auf direktem Weg wieder Richtung Startpunkt zu gelangen. Wo die Tour nicht ohne einen Wanderhöhepunkt endet. Also Rucksack gepackt und los. Frisch auf, Glück auf, euer Schwömi von Putternander. Wohin? Ah, unter, oder? Joa. Was ist denn da hinten? Kannst du noch? Nee. Haha, ich auch nicht. Meine Güte, jetzt ging es doch wirklich nochmal ein ganzes Eckchen nochmal wieder berghoch. Hoppala. Und dafür haben wir jetzt ein ordentliches Stück, was mal bergab geht. Denn da hinten ist schon wieder Schloss Burg. Und dann sind wir auch schon gleich da. Sind wir auch tatsächlich wirklich rechtschaffend erledigt. Also acht Kilometer hin oder her. Ich fand es auf jeden Fall relativ anstrengend. Aber dafür geiles Panorama. Da hinten ist noch irgendein Türmchen. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Nächstes Mal vielleicht wieder. Brrrr. Brrrr. Da sind wir jetzt auch schon wieder. Am Ende unserer Tour angekommen. 9,345 kilometer irgendwie sowas sind dann doch über drei stunden geworden mit filmen und so weiter und viel panorama genießen und ja kennt ihr das wenn so ein tour noch mal so ein richtiges wander finale hat lauftet einfach dann wisst ihr was ich meine ok die tour war schön hat uns wirklich gut gefallen imposantes bauwerk die senkbach talsperre schloss burg sowieso immer eine besichtigung wert besuch wollte ich sagen jetzt geht es auch wieder ab nach hause ich empfehle euch wärmstens diese tour könnt natürlich auch noch um die senkbach talsperre rumlaufen das machen wir sicherlich auch noch mal aber der weg von schloss burg rüber zur talsperre und wieder zurück damit schon mal gut beschäftigt und wie gesagt parken geht ja auch ganz entspannt track ist dann wieder in der video beschreibung oder bei portland auf komoot bis dahin bleibt gesund vergesst rausgehen nicht euer schwelmi frisch auf bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020